also leute schönen guten abend aus lenzburg aller anfang ist klein und wir sind vier fahrzeuge zwei traktoren zwei pkws einer hat sich noch während unserer rundfahrt angeschlossen finde ich super wir sind jetzt hier in lenzburg auf einer brücke und die fahrzeuge nehmen uns schon war die autobahnen sehenden schon die traktoren die rundum leuchten die hier angemacht wurden wir sind damit durch regionen gefahren jetzt geben sie hier mal ein bisschen gas und der alleranfang ist klein schwer natürlich und vier fahrzeuge wie gesagt einer hat sie nur angeschlossen und die leute nehmen uns schon war wie gesagt auf der autobahnbrücke an die botschaft schon verstanden wenn es geht traktor mit der rundum leuchte bedeutet schon dass man sich solidarisiert mit den anderen landwirten aus anderen regionen aus anderen ländern so nachher gibt es noch zwei der videos war es erstmal für jetzt für den moment